Guten Morgen! Markus, wir verlängern vorzeitig den Vertrag von Kawa Santos. Wie kommt es dazu? Was steckt dahinter, die Strategie? Ja, Kawa hat sich natürlich sehr, sehr gut entwickelt jetzt in den letzten Jahren und hat jetzt auch gerade in den letzten Spielen auch gezeigt, was er für ein Potenzial hat. Und wir wollen natürlich langfristig mit ihm zusammenarbeiten. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir heute deinen Vertrag bis 2030 verlängern können. So, Kawa, wir sind glücklich, dass du länger in Frankfurt stehst. Wie glücklich bist du? Ich bin sehr glücklich. Es war ein Klub, der mich seit dem Anfang gefühlt hat. Alle Leute, die hier arbeiten, alle Athleten. Ich bin sehr glücklich für diese Renovation des Kontratos. Und ich möchte immer wieder verbessern. Wir haben ja jetzt einen Vorgeschmack von der Leistungsfähigkeit bekommen. Und ich als Trainer freue mich vor allem darauf, weiter an seinen Potenzialen zu arbeiten, weil da sind noch ein paar Themen, auf die ich mich freue, die zu verbessern. Die letzten 14 Tage sind ein bisschen verrückt. Wie sind deine Emotionen hier? Wir spielen hier, spielen für die Fans und dann mit Eintracht mit Eintracht. Es waren wirklich sehr unterschiedliche Wochen. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich sehr gearbeitet habe. Und ich werde weiter arbeiten, damit die Momenten wie diese, immer wieder mehr repetitiv sind. König anesthesischen Tiefuição Vielen Dank.